Grundsätzlich wird auch bei dieser Technik der Daumen auf der sechsten Seite aufgestützt. Ausgenommen, es wird auf der Sechs gespielt. Durch das Aufstützen von P bleibt die Hand ruhig und kann kräftiger anschlagen. Die Bewegung kommt nur... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020